So, da sind wir wieder auch. Und, was ich herausgefunden habe. Dieser komische, fette Schatten hier. Der soll uns irgendwie helfen. Nur wie? Habe ich keine Ahnung. Ich habe mir dazu was angeguckt. Wir sollen diesem Schatten wohl folgen, der uns irgendwie zu was hinbringt, was uns weiterführt. Mir wurde es auch nur gesagt, ich habe da keine Ahnung gehabt. Weil ich da die ganze Zeit nur stand. Aber jetzt haben wir es rausbekommen. Mir wurde es gesagt, folge einfach dem Schatten und du wirst dein Ziel finden. Und das war der einzige Schatten, den ich eigentlich an diesem Tor gefunden habe. Aber jetzt verfolgen wir den immer. Oh, jetzt haben wir noch Monster. Das Blöde ist, wenn wir angegriffen werden, geht wohl der Schatten weiter. Jetzt muss ich entweder fliehen oder versuchen, schnell zu kämpfen. Das ist gerade gar nicht geil. Und nervig. Ach komm, wir beeilen uns eben. Komm, 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 komm. Jetzt hoffen, dass der Schatten wirklich weitergeht. Das wäre ja ein bisschen blöd. Aber, und dann müssen wir noch was machen. Was mir auch noch gesagt worden ist, dass es in dieser Wüste, wo wir den Drachen hatten, da soll angeblich jemand auf uns warten. Wo wir schon mal eine Nachricht darüber bekommen haben. Dass wir da hingehen sollen. Aber da können wir ja später hingehen. Wenn wir das hier gemacht haben. Ja, wohl. Haut ab, du Sau. Sau. geht er weg bitte Dankeschön Der Schatten ist noch da Super, wir können einen fix heilen So, weiter wird der Schatten verfolgt Wo er uns hinführt, keine Ahnung Es soll uns nur helfen Aber wie wir gemerkt haben Ist er jetzt erst gewandert, als wir ihm Erfolgt haben, die ganze Zeit Und jetzt führt er uns irgendwo hin Nur wo? Weiß ich nicht Hier geblieben Das ist natürlich Ein Monster-Schan So, wo willst du mit uns hin? Wo willst du mit uns hin? Dankeschön Kann ich nicht die Okay Äh Okay, was ist hier oben? Äh Ah, es wird Nacht Da ist das Problem Es wurde Nacht Jetzt müssen wir wieder warten, bis es Tag ist Ähm Ja, das können wir machen, indem wir eigentlich uns teleportieren In die Stadt In die Stadt Pennen gehen Und dann lasst es gleich nochmal mit dem Schatten machen Was anderes würde mir nicht in den Sinn kommen Zu machen Weil das wäre jetzt noch die einzige Möglichkeit Weil das wäre jetzt noch die einzige Möglichkeit Denken Ja, zum Denken anregen Muss man so sagen Ah genau Gib mir nochmal die Schutz-Aura Die hilft doch ganz gut für den Moment Wollen wir da schnell aufs Tor hoch Da ist dann nämlich schon wieder der Schatten Ja, der kräht hier rum Und dann soll er Und dann soll er Boah, uns das Tor öffnet hier Zu irgendetwas Wäre natürlich geil Na Bin ich ja gar nicht von begeistert, dass ich damit kämpfen muss Och, komm ey Danke So, Schatten Wo willst du jetzt mit mir hin? Okay, den gleichen Weg wieder Oh, dass wir jetzt schneller hier durchkommen Weil es war ja doch schon ein bisschen Etwas nervig Da haben wir noch ein bisschen rumgetrödelt Also sollte das doch gut klappen Jetzt geht er wieder hier rüber Ja, mal schauen Jo, die Schutzdauer hat aufgehört Aktualisieren wir gleich wieder neu Bada-Bam Bada-Bam Ja, ja Ich hoffe man, dass es diesmal klappt Weil Baumrennen können wir nicht kriegen Und der Schatten geht auch nicht schneller Oh, ja Gottes Willen, ey Warum soll der schneller gehen? Hetzt sich auch nicht mit dem Spielbauer Ja, da kann ich nicht fliehen Na klar What? Okay Hätte ich gedacht, das hält jetzt auf Na komm, wir sind ja fast da Wo wir am alten Punkt waren Und bestimmt dann geht es wieder zurück Und dann weiß ich nicht So, trickst du das mal eben schnell aus? Na komm schon Wo willst du mit mir hin? Jetzt geht es hier rüber Ah, okay Ah, hier oben? Hä? Was ist denn hier? Was hat er? Okay Ein Portal Bisschen merkwürdig, oder? Reingehen, oder nicht reingehen Ich glaube Das machen wir zum Schluss Ich tippe mal nämlich Dass hier die Story weitergeht Und ich erst gerne Das zusätzliche Was mir noch gesagt worden ist Erledigen möchte Das ist, ähm Magische Quelle Gonia, dunkle Ruine Kapelle der Ödnis Was ist da? Und dann soll das bei dem Drachen hinten sein